und heute spielen wir wieder minecraft 2 werden wir in der letzten folge gespielt beziehungsweise bis in die 1.20 hier erkunden wir müssen mal kurz hier gucken habe ich gar keine schaukel perfekt in ofen im jahr muss jetzt erstmal irgendwie roh essen ohne dass es rum legt das wäre nämlich hilfreich wartet mal leute ressourcenpakete weil sind es die ich packe einfach mal raus fertig hatten wir mal kurz die ressourcenpakete aus jetzt kohle haben wir das thema ab so ist es könnte sein dass ich monster denn deswegen will ich mal mein eisenschwert eigentlich wollte ich heute mal ein bisschen eisen fahren aber das klappt nicht so ganz da ist ein creeper und da ist in der menschhocker bin jetzt nicht in den augen man habe ich zum glück nicht so so dann holen wir hier mal die kohle ich glaube ich würde auch hier bleiben weil hier ist eine höhe ich glaube ich mache mal gleich fackeln so hoher lachs und holzdings so machen wir hier auch mal kurz das hin machen wir hier mal kurz holz und kurz fackeln kohle kohle rein da können wir hier nämlich ein bisschen kohle fahren weil kohle ist eigentlich ganz gut immer zu machen wir hier mal kurz mein essen fertig dann können wir nämlich auch wieder weiterlaufen blöd dass ich noch kein bett habe und keine schafe gefunden habe aber mal gucken machen wir das jetzt mal alles dahin weil das brauchen wir in den tag nicht irgendwann mal brauche ich mir auch eine base dann können wir das hier mal erst mal wieder aufbauen so let's go hallo mich hoch boah boah fast da rein gefallen hier ist auch noch mal kohle dann füllt die auch eben ein was geil wäre wenn wir tatsächlich dann halt reisen finden würden so gehen wir ja erstmal weiter Was ist das hier? Aha. Ja, da steht einfach so eine Spinne. Ganz entspannt. Jetzt hier hochgehe, ich weiß jetzt schon, dass hier so übelst viele Mobs sein werden. Okay, irgendwie doch nicht. Keine Ahnung, warum. Diese mega hohen Bäume. Wobei, das glaube ich gar kein hoher Baum. Oder? Ich habe keine Ahnung. Bahnen. Nicht lecken. Blödes Spiel. Ist das Eisen oder das? Das ist Kupfer. Wir gucken mal kurz. Das ist Eisen. Na geil, dann haben wir halt jetzt schon vier Eisen. Mit dem vier Eisen. So. Vier Eisen, vier Eisen, vier Eisen. Oder das. Machen wir mal kurz hier Eisen. So. Hier muss ich mal kurz hier machen. Oder essen wir hier erstmal den Lachs. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch Essen finden. Das steht fest. Ah, vier Eisen, zack. So. Gehen wir hier mal weiter. Die sind da. Die sind da auch noch im Set zu legen, ne? Sind gerade... Ja, okay. Ey, an jeder Ecke ist hier gefühlt... Pole. Was ist eigentlich ganz gut für FH... äh, äh, XP. Ach, wisslich. So. Haben wir den auch erledigt. So. Okay. Hm... Wo können wir hin? Da oben ist ein Zombie. da ist ein spiderman es ist scheiße dass es nacht ist aber wenn mich jetzt einer kippen würde ich das so runterfliegen würde einfach sterben also was wichtig ist dass ich irgendwie ein bett finde und dass es irgendwann auch mal tag wird das ist auch ganz wichtig wir sind jetzt halt irgendwo auf dem berg könnten uns natürlich erst mal ein eisenschwert machen würde ich jetzt sagen also war aber ein 40 code so wir machen uns auf jeden fall erstmal keine base wir müssen ja eh noch hier irgendwie rumlaufen so können wir ja noch kurz eine neue fix machen die eine geht fast kaputt hat hier alles schmeißen dessen dass ich es nicht einsammele es wird hat das meist mit den schmutz ja so auch weg die erde auch auch denn erde ein mensch die lassen ich mal dort reisen da müssen wir noch mal ein neues suchen okay jetzt ist es auf jeden fall tag jetzt kann ich hier auch ein bisschen was sehen jetzt habe ich gleich ich bin ich da rein sinken sie kann ist irgendwo ein hund ach hier oben das ist das wasser sieht man ja absolut nicht 9 9 werner ok gehen wir mal weiter was ist hier schon wieder finde höhle weil wir machen wir mal hier meine und kann ich hier ein kuchen mich überhaupt so ist im arsch der welt eigentlich bin ich nur paar meter weiter wir können ein bisschen holz warmen könnte man machen hallo geben sie mein holz danke das ist jetzt die frage was wir machen das ist die frage ein bisschen holz sammeln ja ich will ja eigentlich eigentlich will ich ja eisen fahren aber das geht hier bei diesem kack schnee die um nicht ich glaube laufen ein bisschen laufen wir mal ein bisschen und erkunden die welt war jetzt sind hier keine leute und hier was ein bisschen blöd ist dass es hier rum legt das geht mir tatsächlich selber auf den sack machen wir mal das da mh da ist wieder ein kack schnee moin wolf was ist wenn ich den jetzt haue eingetönt keine wölfe man dass du das jedes mal ziehe ich diese wackeln das ist mal eine schlucht oh hier könnte ich aber eisen finden tatsächlich da ist kohle da ist auch kohle komm wir gehen mal hier nach unten aber ja mit dem ofen geht das schlecht da ist noch mehr kohle mein handy klingelt ja auch die zweite da unten ist irgendwie wasser da ist eisen nice ich hole mal das eisen eisen ich komme warum man hier ein bisschen stein dass wir uns dahin bauen können anebel ob auch noch nicht wir können einfach hin ins buddeln da leider nur zwei eisen ja was das ist ich werde jetzt auch nicht näher reingehen komm wir gehen jetzt hier rein was soll's brauchst du erstmal kohle oh hä da ist ein creeper ah ok wir gehen erstmal nochmal raus vielleicht wird sie nicht direkt sterben ich brauche erst ein bett dann gehen wir in die höhle falls wir sterben sterben wir trotzdem sterben wir da wo wir auch dementsprechend sind na perfekt komme ich nicht mehr hoch so da ist auch nochmal kohle aber das ist uns egal ja ok können wir hier mitnehmen hau 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 ich will einfach nur hau ok wir sind wieder oben ich hätte mir mal ne schaufel machen sollen ok leute ich würde sagen das war's erstmal mit dem video ähm wir haben jetzt auf jeden fall schon sechs eisen und damit kann man auf jeden fall leben so ich würde sagen wenn's euch gefallen hat lasst gerne like abone und kommentare schaut außerdem auf mein disco server vorbei der ist unten in der video schon verlinkt habt noch einen traumhafen tag haut ernein so euer stando ciao ciao